Kapitän! Somebody is lying in the toilet! Wake up! Hey! Mord! Dr. Peter Gerrit! Seit sechs Wochen reise ich zu Fuß, quer durch Afghanistan. Wer sind Sie? Ich weiß Ihnen, ich nehme das Flugzeug auseinander, wenn wir nicht nach Islam erwarten. What is wrong with this guy? He's been hit by an ISAF airstrike. Was ist los mit dir? Wir sind Journalisten. Wir lügen nicht und wir wehrten nichts. Ja, aber wir überschreiten eine Grenze. Faeser, komm mal erzählen Sie weiter. Also wieso waren Sie bei den Tanklastern? Ich war in Omachel. Wir haben Fotos gemacht. My patient is in a very bad shape. I'm not sure what I should do. If God granted you one wish, what would that be? Das sind Clara again. Hier gibt es Schönheit. Rohe, unverstellte Schönheit. Und dann war da dieser Riederblitz. Dieses Feuer ist aus, als ob das Wasser selbst brannte. Und dann hat's dem Köpfe geregnet. Und Beine. Und dann geht'sch so. Und dann geht'sch so. Und dann geht'sch so. Das ist ein bisschen wie gut. Und dann geht'sch so. Aber das ist so.